Musik Das ist Vivitro, das ist Francesco Und das ist die deutsche Römerin, Annette Und heute testen wir für euch Schiene Cheetah World Musik Der Freizeitpark Schiene Cheetah World Befindet sich etwa 30 paar Minuten Außerhalb vom Stadtzentrum Roms Direkt neben Roma World Was wir hier letztes Jahr schon für euch getestet haben Mehr Infos zu Roma World Findet ihr, wenn ihr rechts oben auf den Button klickt Musik 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 Bei diesen Temperaturen in Rom hilft nur Eine Fahrt im Actium Gehen wir los Musik 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 Das war Sprich Na. seeking Ich bin Musik Hier gibt es eine Ausstellung mit den originalen Requisiten vieler Filme. Wir fliegen jetzt hoch in die Luft. Los geht's, los geht's! Jetzt gehen wir zum Mahmood Free World. Jetzt testen wir Aquawall. Wenn euch Cinecitta gefallen hat, den Video liken, Kanal abonnieren und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Wenn euch das... Nicht, was soll ich sagen? Ich sag, bei diesem Temperatur... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 4... 3... 4... 4... 3... 3... 4...